Ich bin Louis Adlon. Das ist mein Hotel. Wir haben viel gesehen. Prunk und Glanz. Leidenschaft und Hingabe. Und du glaubst, dass ich mich noch einmal in dich verlieben werde? Aber auch Schicksal und Intrigen. Mutter, gib mir mein Kind zurück! Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. So war es und so wird es immer bleiben. Das Adlon. Eine Familiensaga. Ab 6. Januar im ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017